Als Sourcing Manager arbeite ich mit unseren externen Herstellern zusammen und verknüpfe dies mit der Arbeit unserer internen Funktionen wie Qualitätssicherung, Herstellung, Regulatory Research usw. und bin selber auch dafür verantwortlich, dass die Verträge aufgesetzt sind, ausgehandelt, Lieferketten optimiert werden und auch Preisabsprachen. Mein Beruf gefällt mir besonders das globale Umfeld, in dem Johnson & Johnson tätig ist, aber auch die Verknüpfung von Pharma und Business und somit auch den Einfluss auf das Produkte-Portfolio zu haben. Der Nutzen liegt dahingehend, dass ich nach der Chemielaborantenlehre das Fenster öffnen konnte und sich karrieretechnisch ganz andere Möglichkeiten entwickelt habe. Als Praktiker hat mir besonders gut gefallen, dass nebst der ganzen Theorie auch die Praxis nicht zu kurz kam, aber auch vor allem die Stunden im Labor oder beim Engineering mit den Balks und den Kesseln, aber auch die Stunden zusammen mit meinen Kollegen, wo wir gelernt haben, zusammen Lösungen zu suchen für unsere Probleme. Ich würde das Studium jedem weiterempfehlen, der Interesse hat herauszukriegen, wie ein Medikament vom Labor den Weg bis ins Verkaufregalschaft. Bei der Martin Zeits Vielen Dank.